Hallo zusammen, zwei Motorräder von Kawasaki. Heute bei uns im Fokus die Ninja 400 und die Z400. Wir zeigen euch jetzt, welche Produkte SWMotech für die beiden Bikes im Angebot hat. Kawasaki hat den beiden Bikes eine Modellpflege verpasst. Es gab kleinere Anpassungen, auch im Zuge von Euro 5. Der Motor ist ein bisschen überarbeitet, hat sich aber nicht großartig auf die Leistung ausgewirkt. Was sich auswirkt, ist der geringere Spritverbrauch bei 3,9 Litern. Bei den aktuellen Spritpreisen natürlich sehr gern gesehen. Die Ninja ist etwas schwerer, natürlich, weil sie verkleidet ist und auch etwas teurer. Die Z hingegen hat natürlich ein bisschen aufrechtigere Sitzpositionen und eignet sich deswegen auch ein bisschen besser fürs Pendeln und für die Reise. Grundsätzlich haben wir alle Produkte, die wir für die Z anbieten, auch für die Ninja, außer den Sturzbügel. Den gibt es nur für die Z, den sind wir hier unten. Der passt hier richtig gut an. Wir haben uns an den Originalanbaupunkten den Sturzbügel angepasst für die Linienführung der Z und wie gewohnt robust aus Stahl gefertigt. Was haben wir noch? Hier unten seht ihr die Seitenstände der Fußverbreiterung. Hilft euch beim Abstellen des Bikes. Wir haben hier vorne die Hebelschützer verbaut. Die könnt ihr entweder mit oder ohne Windschützer bei uns bekommen. Für den Gepäcktransport haben wir den Pro Tankring extra für die Z angepasst. Darauf könnt ihr wie gewohnt die Tankrucksäcke unserer Pro Serie einfach zu befestigen. Und falls ihr mal ein bisschen mehr Platz braucht, unser Place-System. Wie gewohnt über die Lasche wird das Gewicht gehalten. Und mit dem Entfernen dieser Lasche könnt ihr die Tasche einfach abnehmen und auch die Hebelarme könnt ihr entfernen, wenn ihr kein Gepäck transportieren wollt. Ihr habt da insgesamt ein Gepäckvolumen von 15 Litern. Und, das zeige ich noch kurz, mit der Volumenerweiterung könnt ihr das nochmal erweitern auf 20 pro Seite. Also insgesamt 40 Liter für euer Gepäck. Das sollte reichen. Wir haben alle Produkte nochmal verlinkt. Einfach auf den Link klicken unter dem Video. Hinterlasst uns ein Like und abonniert unseren Kanal und verpasst ja auch keine Videos. Bis bald. Bis bald.